Ich komme aus der Sowjetunion und trinke gerne Wodka und Boulion. Ich bin ein guter Russe in Deutschland und wäre gerne mit Putin verwandt. Zum Frühstück esse ich gern Pirashki, zum Mittagessen mach ich Schaschniki. Ich singe auf Hochzeit mit einer Band und spreche perfekt Deutsch ohne Akte. Ich bin ein guter Russe in Deutschland, zum Abendessen gibt's viel Mini mit Schmand. Um Mitternacht esse ich gern Galupzi, zum Teufel mit McDonalds, Kartosch, Kaffir. Ich spiele Gerturak am Familientisch und trinke dabei Bier mit getrockneten Fisch. Ich weiß nicht was ihr habt, ich spreche ohne Akzent. Ich hab's tausendmal gesagt, ihr habt es nur verbunden. Ich hoffe diesmal hast du verstanden. Nio Mio.